Und ich glaub, dass wir da noch runterklettern können, oder auch nicht? Ja, also, das hat jetzt gerade so voll danach gewirkt. Obwohl? Nein. Da kann ich nicht irgendwo runterkratzen. Ah, da kann ich leider nicht. Weil da ist die andere Seite, weißt? Aber ich glaub gar nicht, dass da irgendwas ist. Nein. Wird glaub ich auch nix sein. Nein, 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 nein. Kann ich mir nicht vorstellen? Okay. Ha, wir machen auf. Und dieser. Und greifen uns gleich mal an. Oder der rutscht gleich so durch und tut mir die Pfeile da und da und da alle mehr machen. Das wär's jetzt auch. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Annie, da. Meine Luke. Manni, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. Da würd ich jetzt einmal sagen, da waren wir nur noch zu zweit. Fuck. Genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinner mich dran, Manni zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Hey. Warum gehst du mir aus dem Weg? Das mach ich gar nicht. Komm schon. Du hast halt Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war... ...auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hatte das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber... ...ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Er ist zu so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luca kommen. Okay. Da hätte ich dann einmal gesagt gehabt, da schauen wir gleich mal, dass wir da ein bisschen oben... Oh. Warte kurz. Ähm, wir sollen ihr auferhelfen. Okay. Okay, also... Alter, auuuh. Also, ui, 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 das kann ich mir nicht anschauen. Alter, das Kind ist gleich mal eingezwiegt, hat gleich mal einen Stoß gekriegt, etc. Ich geh mich da nicht so ganz gut damit aus, wie robust das ist, das Kind da drin. Aber wenn die gleich mal so ein paar Gitter so einen, an, 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 an Stoß gekriegt, dann gescheiden. Ich nehme dich beim Wort. Dann weiß ich ja nicht so ganz, ob das da so klappt. Dass die da überhaupt nicht, dass die da hoffe ich mal zu... Okay. Es ist eh wurscht. Äh, die ist eh schon hier. Aber trotzdem. Dass die da nicht ein einiges Kind da herkriegt. So was würde ich mir nie trauen. So was würde ich mir nie trauen. Hätten wir doch gehabt, vielleicht, dass sie es rüberschafft. Sie, sie, wer, ja, sie. Dass ich das mit ihm mache. Das würde dann... Da hätte ich dann überhaupt keine Probleme, etc. Dann machen wir das auf chillig. Dann würde man das Baby nicht mehr machen. Weißt du, was ich meine? Dann wäre das dann noch... Gleich so ein bisschen interessanter. Ah, warte. Ich schaue mir da mal ganz kurz um, bevor ich da jetzt irgendwie was nehme. Beziehungsweise, äh, da schau ich jetzt schon schon. Uh. Ideal. Kriegt man da noch was, oder war es das? Ah, da kriegt man noch was. Messernfertigen. Okay, da tue ich das mal jetzt schon mal sehen, dass da noch ansie ist. Sind die drei Tage fällig? Sind die drei Tage über sowas von fällig? Wahrscheinlich bei jedem Tag ein Birkel. Damit sie so richtig schön aussehen. Wo hängen wir das am besten hin? Oder machen wir das so? Okay, sieht gut aus. Was sieht daran gut aus? Was sieht daran gut aus? Ähm, ich mach's mal jetzt doch lieber anders. Ähm, ich brauch das Seil. Oder auch nicht. Hm. Hm. Okay, ja, vielleicht, ja, 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 da können wir schon was machen. Und da, ach so, und da so um, oder was? Und dann hauen wir sie da einfach so rauf. Ah, da bin ich jetzt aber auch gespannt. Da würde ich jetzt auch gern zuschauen bei der. Wie die, wie die es jetzt gemacht wird. Boah, es muss aber wo anstrengend sein mit dem Kinderharner. Pfff. Der ist schon schieß. Oh, ich geh tief runter. Schlimm mit der Höhenangst. Besonders wenn ich runter sehe. Hm, gut zu wissen. Gut zu wissen. Auch mal wieder was Neues. Ah, wieder eine schöne Aussicht. Ui. Okay. Ja, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Geht so auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, es zu vermasseln. Glaubst du mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst deine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Also da finde ich es wirklich schön, dass ich darüber lachen kann. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja. Gefällt mir nicht. Gut. Wir sind fast an der Basis. Mann. Wenn wir wieder zu Hause sind. Haus ist auf dem Couch. Zieh mir den Film rein. Dann sauft mich ins Koma. Mh. Aber da haben wir wieder was. Und sauft sich ins Koma. Na moin. Ja, muss auch sein, oder? Muss auch sein. Da gebe ich ihm recht. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem... Äh, kommst du ja mal... Äh... Mädchen. Und den Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Mein Mescal von der Party letzte Woche. Verzeihung. Du meinst unseren Mescal. Äh, sieh, sieh. Ich lass dir was über. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre... Und auf der Flucht. Oh, geil. So, wie machen wir denn das? Ja, so? Ja, passt. Oh. Ja, dann machen wir das halt so. Geht halt irgendwie. Kann ich so an? Nein, so kann ich nicht. Dann werfen. Ja, schießen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, da haben wir eh was. Geht ja eh, geht ja eh. Na, dann schauen wir mal in, oder? Da können wir sicher schön einsammeln. Und dann mal wieder ein paar Münzern. Aha. Dann zeig ich mal hier. Hey, interessant. Oh, oh. Okay, der große Gewinn. Der große Gewinn. 08, 15, 12. Kann das sein? Ja, könnte gut möglich sein. Ja, könnte wirklich gut möglich sein. Äh, warte. Ich nehme da mein Handy. Ich nehme da mein Handy. Mach dir mal einmal lieber ein Foto davon. Ich glaube, das könnte man gut gebrauchen. So, passt. Damit ich mir das gleich mal gemerkt habe. Weil, wer weiß. Äh, wenn wir da jetzt noch nicht das haben, dann werden wir sicher dann da drin dazu stoßen. Und dann freue ich mich umso mehr. Wenn wir es haben. Ach, komm. Das wäre ja... Das wäre ja natürlich wieder zu einfach gewesen. Das wäre ja ein Waffenlager sein. Hört sich gut an. Na, warte. Da bin ich aber noch nicht fertig. Ah. Halt an. Das, was ich damals gesehen habe. Fies. Ah. Na, schau. Warte. Der Zucki ist das gleich mal wieder auszusehen. Dann schauen wir sich das gleich mal an. 08, 15. Okay. 15 und die 12, glaube ich, war das geil. Ja, die 12. Was? Verdammt. Wo ist es jetzt nochmal? Nochmal. Vielleicht bin ich zu deppert gewesen. Mhm. Mhm. Hm. Machen wir es ein bisschen anders. Weil die Amis sind ja ein bisschen deppert. Sie das ja hin und wieder verwechseln, gell? Oder wenn wir einen 20er da machen. 20er draus. Mhm. Mhm. Okay. Wenn ich das jetzt das Bild so genau anschaue, würde ich eigentlich sogar fast denken. Dann haben wir mal 15, ja? Ist das eh 15, oder? Ist das eh 15? Ja, das ist eh 15. Bin ich nicht zu deppert. Und 51 oder 10. 51 oder die 10. Da gibt es auch noch was. Ja, da kann man viel aussuchen. Pfff. Ich denke, ich hätte jetzt eigentlich gesagt gehabt. Hm. Hm. Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Warte, schauen wir uns hier noch ganz kurz im Raum um. Hm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Machen wir das. Bären wir wieder auf. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Hm. Das ist eh der Hauptgewinn. Hm. Blu Merlin 510. Corona Hawaii 08 15 2012. Ja, das wäre mal eine Idee, das wäre eine Idee. Wollen wir mal die 51? Die 0,2? Hm. Nein, nein, nein. Das würde sie dann wieder nicht rausgehen. Scheiße. 15,12er? Mit einem großen Fragezeichen? Alter, wenn der ist jetzt richtig gewesen, wäre viel steppert. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht einfach so machen mit 8, 15er und 12er. Das verstehe ich nicht. Ah, hoppala. Ja, aber das mit den 20er haben wir auch schon ausprobiert. Irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass bei Blu Merlin die 510 vielleicht ja auch noch was bedeuten könnte. Beziehungsweise muss es der einzige Hauptgewinn der einzige Hauptgewinn, muss es der einzige sein. Ich glaube aber ja, ich glaube, ich glaube, wenn du das so ausschaust. Ja, wie ist hier abfotografiert. Hm. Hm. Ich kann... Hm. Vielleicht mit der Größe kann es vielleicht auch was dazu. Normalerweise so ein Fischer hat schon was mit der Größe. Also der ist schon sehr stolz auf die Größe des Fisches. Hm. Dass man statt irgendeiner anderen Zahl halt die 51 einfach dran setzt. Hm. Hm. Wie ein Gedanke. Wie ein Gedanke. Machen wir kurz die 51. Du musst einfach die 51 überall einfach dort einsetzen, wo normalerweise da noch etwas andere wäre. Nein, das geht einmal nicht. Dann machen wir da gleich mal die 0. 8. Dann machen wir dann in dem Fall wieder die 51. Dann machen wir halt einfach die 12. Ah, das würde aber ein Sinn ergeben, wenn ganz am Schluss die 51 wären. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Wird schon mehr Sinn ergeben. Hm. 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 Ja, das ist jetzt wieder ein Depper der Gedanke, aber probieren wir es halt mal so in der Hoffnung, dass es passen könnte. Ich glaube, das habe ich eh schon einmal ausprobiert. Aber ist ja wurscht. Hm. Haben wir schon 08.15? Oh ja, haben wir auch schon gemacht. Machen wir es lieber. Machen wir es lieber. Machen wir es lieber doppelt. Schmal. Hm. 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 Das habe ich mit dem 15. 8. haben wir auch schon gemacht. Dass man sagt, bei uns tut man das ja extra ändern. Hm. In dem Fall würde ich jetzt einmal sagen, da haben wir ja die, machen wir da die 8 ausgelassen? Ja, da habe ich die 8 ausgelassen. Dann machen wir da die 8. Und dann machen wir die restlichen. 8, 20 und 12. Das ist jetzt aber der letzte Versuch, sonst gehe ich einfach weiter. Hm. Ah, das ärgert. Das ärgert. Das ärgert mich, dass ich das jetzt nicht herausgefunden habe. Weil den Code hätte man wenigstens, aber mühe anscheinend nicht. Leute, hier runter.